Ermittlungstechnisch, nee, gehen wir nach dem Vier-Augen-Prinzip vor. Na dann kann ja nichts schief gehen. Wir brauchen was zum Kühl. Schoko, Vanille oder Erdbeernuss. Ach, da läuft doch irgendein Deal. Wow. Humor. Erst dort. Beweisen Sie immer. Zuch. Ja, Zuch. Nere Idee, ihr Hund. Ach, oh. Hubert ohne Staller. Ab 1. November, immer mittwochs um 18.50 Uhr im Ersten.